Ich grüße dich, sei herzlich willkommen hier auf dem Kanal, danke für dein Interesse an den Videos. Ich habe ja schon länger nichts mehr von mir hören und sehen lassen, aber es geht mir gut, ich will mein Lebenszeichen geben. Warum ich so inaktiv war, will ich jetzt nicht näher erläutern. Heute möchte ich euch zum Thema Hanf etwas in Erinnerung rufen. Nun, zunächst mal, ja, es ist amtlich, das neue Gesetz ist unterschrieben und soll am 1.4. in Kraft treten. Und 95 Jahre Prohibition gehen jetzt zumindest teilweise ein kleines bisschen zu Ende. Bei mir sind es 37 Jahre Unterdrückung, Ausgrenzung, Kriminalisierung, Bestrafung, Erpressung, Nötigung. Nur weil ich eine Pflanze gerne habe. Ja, ich wollte daran erinnern, dass der Nutzhanf diesmal leider auch wieder vergessen wurde. Und dass es schon 1993 ein Buch gab mit dem Thema Hanf, mit dem Titel Hanf, die Wiederentdeckung der Nutzpflanze. Eine der ältesten Kulturpflanzen der Erde könnte helfen, die Menschen ausreichend mit Kleidung, Papier, Öl, Brennstoff, Nahrung, Baumaterial und vielen Medizinen zu versorgen. Ja, und es gab ein gewisses Momentum, aber sicherlich nicht so viel, wie sich manch einer erhofft hat. Also die Bedeutung des Hanfes, des Nutzhanfes. Da hätte mehr passieren können, ist es aber leider nicht. Und woran das liegt? Wirtschaftliche Interessen von großen Konzernen und Patentinhabern schätze ich mal genauso. Ja, mit Krankheit wird auch Geld verdient. Und wieso ist es denn dann verboten? Das wäre auch ein Thema für eine eigene Sendung. Vielleicht nur so viel. Es war wiederum Täuschung, die das erreicht hat. Es gab zum Beispiel damals den William Randolph Hearst. Das war ein Zeitungsmagnat. Also der hatte ganz viele Zeitungen und besaß nicht nur die Zeitungen, sondern auch die dazugehörigen Papierfabriken und den Wald. Und den hätte eine Umrüstung von Holz auf Hanf also Millionen gekostet. Und deshalb hat er in seinen Zeitungen damals eben auch diese Nachrichten über die Horrordroge Marihuana verbreitet. Und ein anderer Schurke, Harry Anslinger, war auch maßgeblich daran beteiligt. Der hatte eben gute Beziehungen zum Senat. Und ich glaube, sein Cousin war zufällig bei Dupont. Ich will jetzt aber nichts Falsches sagen. Aber Dupont und andere Chemie-Giganten waren auch verwickelt. Denn Dupont wollte natürlich auch seine Kunstfaser damals rausbringen. Nylon, Strümpfe etc. Es war also ein Trick, das Marihuana, der Marihuana Tax Act, so hieß es damals, also als Steuergesetz getarnt. Auch mithilfe des neuen Namens Marihuana wurden diejenigen, die dem zustimmen sollten, getäuscht. Denn wenn die gewusst hätten, dass es eigentlich um den alten guten Hanf geht, hätten sie das nicht gemacht. Ich sage nur, es war damals schon gebündelt vorhanden, das Wissen. Aber es hat nicht so gezündet. Es gab ja dann auch dieses eine, also jetzt zum Rauschhanf, dieses eine Urteil, dass eben, ich glaube 94 war das oder 95, dass eben geringe Mengen nicht mehr strafrechtlich verfolgt werden, dass das Verfahren eingestellt werden soll. Aber, ja, das Große ins Rollen kam das nicht, das Thema leider. Es ist wieder eingeschlafen oder wurde erfolgreich wieder in die Versenkung gebracht. Dann gab es zum Beispiel Marihuana, verbotene Medizin. Das ist aus dem Jahr 94. Und es gab hier Hans-Georg Bär von Hanf ist die Rede. Kultur und Politik einer Pflanze. Also, ich meine, die beiden dicken Wälzer hier, das überschneidet sich teilweise, aber doch relativ wenig. Hier geht es wirklich Kultur und Politik sehr, sehr vielfältig. Also auch die Werbung von damals zum Beispiel. Das ideale Mittel gegen Hühneraugen, Hornhaut, ist und bleibt haschisch. Hühneraugen, Tinktur mit indischem Hanfextrakt und Schöllkrautsaft. Asthme. Indische Zigaretten. Durch Einatmen des Rauches der Cannabis-Indica-Zigarette verschwinden die heftigen Asthma, Anfälle, Krampf, Husten, Heiserkeit und so weiter. Ja. Ich wollte nur meinen Erstaunen kundtun, dass eben ausgerechnet die schlimmste Regierung, die Deutschland in der Nachkriegszeit je widerfahren ist, dass ausgerechnet diese Abrisstruppe jetzt den Hanf befreit, nachdem sie so viel Zerstörung angerichtet hat. Es ist trotzdem handwerklich schlecht und furchtbar überreguliert, aber das wird eine Tür aufmachen, die man nicht mehr zukriegt, auch nicht die Nachfolgeregierung. Auf jeden Fall wird, das hat eine hohe Signifikanz, weil es ist glaube ich vielen nicht bewusst, die Dimension. Natürlich wurde auch jetzt schon, also es gab immer heimliche Konsumenten und Konsumentinnen und es war die ganze Zeit so, dass man gefälligst besser die Klappe hält, wenn man keine Probleme kriegen möchte. Und auch deshalb ist so ein falsches Bild entstanden, vor allen Dingen bei denen, die es nicht machen, über die Cannabiskonsumenten. Es war auch schon in den 80ern oder 90ern so, dass es vier Millionen Konsumenten gab und nur die wenigsten hatten wirklich problematische Konsumverhalten. Die allermeisten Menschen haben das einfach als Freizeitaufheiterung oder Medizin, alles zwischendrin benutzt. Und dass ausgerechnet die Parteien, die sich für die Freiheit des Bürgers einsetzen oder sich das auf die Fahnen schreiben, dass ausgerechnet die mit so viel Inkompetenz da glänzen, ja, das hätte ich nicht gedacht. Das ist wirklich so ewig gestrig und ich kann die zukünftige Regierungspartei, welche Alternative das auch immer ist, nur, ja, die können sich, die sollten sich einfach mal schlau machen und ein bisschen Kompetenz aneignen in Sachen Cannabis. Ich klinge hier so unkritisch, natürlich gibt es Probleme, aber dafür kann die Droge nichts, die Substanz, die Pflanze kann dafür nichts. Sorry, so jetzt. Wenn wir, um unseren Planeten zu retten und den Treibhauseffekt umzukehren, künftig auf alle fossilen Brennstoffe und petrochemischen Produkte ebenso verzichten wollen, wie auf die Abholzung unserer Wälder zur Gewinnung von Papier- und landwirtschaftlichen Nutzflächen, dann gibt es nur eine Pflanze, die als nachwachsender Rohstoff in der Lage ist, den größten Teil an Papier, Textilien und Nahrungsmitteln, sowie des privaten und industriellen Energieverbrauchs zu liefern und die zugleich die Umweltverschmutzung eindämmt, die Böden verbessert und unsere Luft reinigt, es ist ein alter Gefährter, der dies schon immer getan hat, Cannabis, Hanf, Marihuana. Und das Katalyseinstitut für angewandte Umweltforschung in Köln schrieb, Landwirtschaft und Industrie haben in den 80er Jahren die nachwachsenden Rohstoffe wiederentdeckt. Dabei haben sie eine der vielversprechendsten Nutzpflanzen unserer Breiten vergessen, den Hanf. Vergessen ist gut, wer es glaubt, wird selig. Noch ein, zwei Sätze aus dem Vorwort, wie gesagt, 1993. Für dieses Buch musste kein Baum gefällt werden. Es ist neben einem Anteil Stroh oder Altpapier aus einer Pflanze hergestellt, die um ein Vielfaches schneller wächst als Bäume, Cannabis sativa, Hanf. Fast zwei Jahrtausende wurde Hanf als Papierrohstoff verwendet. Erst die industrielle Revolution ersetzte ihn durch einen neuen, scheinbar kostenlosen Rohstoff, Wald. Zusammen mit dem Holz hielt auch die Chemie Einzug ins Papier, denn ohne chemische Leimung lässt sich aus Holz kein Papier herstellen. Was dieser Fortschritt mit sich brachte, wurde erst Jahrzehnte später deutlich. Die Säuren im Holzpapier reagieren ätzend und die daraus hergestellten Bücher zerfielen. Betroffen von diesem Büchersterben in den Bibliotheken sind nur die ab etwa 1850 aus Holz hergestellten Werke. Die Gutenberg-Bibel aus dem 15. Jahrhundert oder sogar noch viel ältere Bücher blättern sich dagegen wie am ersten Tag. Sie wurden auf einem Papier gedruckt, dessen Rohstoff auf natürliche Weise zusammenhält und keiner chemischen Behandlung bedarf. Papier aus Hanf. Und so weiter, dass eben noch 90 Prozent des weltweiten Papiers nur aus Holz hergestellt wird. Und du kannst auf einem Hektar mit Hanf im Vergleich zu Holz die vierfache Menge herstellen. Ausgerechnet in Bayern kann man am besten den Hanf anbauen. Das Land, das nicht genannt werden darf. Ja, also wie gesagt, so hatten wir uns in den 80ern informiert, weil wir kein Internet hatten. Solche Bücher wurden natürlich oft herumgereicht und es gab nur diese spärliche Literatur. In den Bibliotheken hast du auch kaum was gefunden. Unter der Ladentheke wurden dann auch solche Sachen wie Haschischkochbuch verkauft. Danke für euer Interesse. Es gibt bald ein neues Video zum Thema Geschichtsfälschung, den Teil 4 von Im Nebel der Geschichte. Es ist aber noch, es fehlt noch einiges dafür und ich will den Teil erst veröffentlichen, wenn da auch alles drin ist, was drin sein sollte. Danke an alle Unterstützer und an alle, die es gut mit mir meinen. Danke.